Hey meine Rabauken, herzlich willkommen zu meiner allerersten Episode Scribble.io seit vielen Jahren mit all meinen Freunden mit dabei. Selina, die auch gerade zeichnet. Moini! Dann haben wir Gambo, Mambo, Logo und Fabi. Okay, ich muss es gewinnen, ich habe noch nie gewonnen. Äh! Hab mich vermalt. Ja, das ist ein Fuß. Nee, 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 ist nicht hier. Ein Fuß. Fußpilz. Bein, Arm. Wieso? Warte, ich habe es, ich habe es, ich habe es, ich lasse mich kochen. Verdammt. Armbeuge, da oben sind sechs Buchstaben. Ellenbogen. Nee, Ellenbogen ist zu lang. Hä? Hä? Das ist nicht so einfach. Hä? Oh Gott. Nein, Elina direkt am Kacken, wirklich. Mit O am Ende? Ach Mann. Das ist. Mit großem G. Mann, ist das schlecht. Ich bin völlig raus, ne? Was ist das denn? Alter, was war es? Der Smiley macht mich richtig rau. Der knallt mich. Wie schreibt man das? Es ist. Hä, bin ich dumm? Ah, so. Mein Gott, ich hab sie... Gab mir das auch falsch geschrieben. Logo auch. Mann, was ist denn bei euch? Ich hab auch mehrere Versuche gebraucht. Mann, das ist ein hartes Wort. Ja, ist ehrlich so. Tato. Oh, ich hab was richtig Gutes. Passt mal auf, lass mich mal eine Runde kochen. Toto. Zehn Buchstaben, das war's. Oh, heiß. Und? Auge. Äh. Hä? Laser. Das ist eine Kugel. Man darf nicht Tipps geben. Leider nicht. Wie soll man das denn 3D zeichnen? Oh, nein. Boah, was, was, also? Nein, ich halte, das ist so ein cooles Thema und ich kack rein. Oh, nein. Was ist mit Pokémon? Mann, ich dachte auch... Das könnte eine Radkappe sein, aber da macht das Rot keinen Sinn. Mach nochmal komplett neu. Oh, nein, mein Gott, der wirkt die ganze Aufnahme weg. Das ändert sich gar nicht. Es sahen mir nach einem Reifen aus. Aber was ist das? Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee, aber das macht alles auch keinen Sinn eigentlich. Ich würd sagen Deckenlicht, aber das wird's wohl nicht sein. Deckenlicht? Ja, so wie wir... Boah. Jetzt bin ich richtig gespannt. Ja, mach's noch fetter, dann kommt man irgendwann drauf. Irgendwas mit Meteor, irgendwas mit Zerstörung, Todesstrahl. Mann, das ist jetzt so peinlich. Oh, Scheiße. Ja, okay, hätte man checken können tatsächlich. Todesstern ist das. Wenn ich gewusst hätte, wie man ne Kugel 3D zeichnet. Boah, ja, okay. Okay, ich nimm da jetzt das schwerste Wort, was da war, okay? Ja. Cool. Geil. Ich hab keine Kastenbegriffe reingemacht, Logo. Du musst dich jedes Mal Gabbo da reinschreiben. Was ist das denn? Lasst mich kochen, ich hab's. Okay, schade. Was? Okay. Das ist ne... Das ist eine Aerobikgruppe. Klopperei. Es sind die Dance-Moves. Sonne. Sport. Sport. Oh, ich wollt auch Sonnenbaden schreiben. Oh ja. Hä? Die Sonne ist im Knast. Das passiert, wenn wir beide aus Plastikstrohhalm trinken. Dann geht die Sonne. Äh, was soll denn das für ein Gitter sein? Oh, Sonnenbahn ist auch mit R? Das ist ein Ball, 100%. Ah ja. Das beginnt mit R als zweites Wort. Volleyball, Basketball, Fußball. Das ist ne Disco, oder was? Ich weiß doch gar nicht, welches Wort mit als zweites Buchstaben R. Strand macht auch keinen Sinn. Nee. Mit R und K. Boah, pff. Also, wir sind heute schlecht, ey. Was ist das mit Disco? Aber ich kann doch gar nix raten. Ich wüsste gar nicht, was die jetzt raten sollten. Ja, ja, Disco, ja, aber es passt ja nicht. Mit R halt als zweites Buchstaben. Äh, break this! Alter! Du hättest die crazier mal müssen. Ja, ja, ja. Kannst du so auf den Kopf Moves machen. Let me cook, let me cook, let me cook. Ikea-Regal. Schreibtisch. Äh. Nachttisch. Okay, man sollte vielleicht nicht sagen, was man reinschreibt, oder? Guck mal, was ich geschrieben habe. Schach machen. Hä? Äh. Also. Leute! Also, Regenbogen, aber das macht ja keinen Sinn. Ah, äh. Das hier vielleicht? Nee. Nee. Diskothek. Naja, weil es so ein langes Wort ist halt. Wollen wir heute in eine Diskothek gehen? Klub. Äh. Party. C als drittes. C? Also, also. Also. Das ist ein Platz. Der hat die Ausnahme gleich gelöscht. Es ist halt wirklich nicht schlecht, ne? Wenn ihr das seht. Was sieht denn für Wörter aus? Alter, warum sind das? Was ist denn heute los? Mit C-H. Darf ich einen kleinen Minitipp geben? Nein, darf ich nicht. Ja. Ihr wart schon in der richtigen Richtung. Ja, okay, cool. Wenn da unten ist das letzte schon gut. Diskothek. Was sagt man denn da noch dazu? Klub. Disco. Disco. Tanzhaus. Tanzhaus? Wer sagt denn Tanzhaus? Ähm. Tanzhaus, Digga. Ich versuch grad. Nee, Elida. Elida hat beide. Nein! Ja! Ich komme auch da nach. Natürlich! Nein! Welcher NPC sagt denn Nachtknack? Wie kann man darauf nicht kommen? Ja, ich hätte es ehrlich gesagt. Aber als Ben da gerade im Tanzverein oder du hast gesagt. Ja, ich nehme das. Lass mich kochen. Ja! Warte mal, was? Was? Macher. Logo. Äh? Check ich nicht. Ich auch nicht. Hä? Also, Fabian, das ist peinlich. Also, Ben benutzt diese Formel nur, wenn es um das geht. Ach so, bei Elida nicht. Bei mir ist es jetzt peinlich. Nein, bei dir ist es peinlich. Okay, bei mir ist es peinlich. Bei dir ist es peinlich. Ja, ja, das ist wirklich so. Das ist Quatsch, Fabian. Hä? Kann man das denn nicht erraten, Fabian? Also, was ist denn jetzt hier los? Der Druck ist da. Der Druck ist da. Der Druck ist da. Stadion, Mensch. Oh, Logo hat übelst Omega-Punkte bekommen, Alter. Ja, aber das Logo, das gerafft hat, das... Ne, das lag nur an der Farbe. Weil meine größte Farbe nur, wenn ich so ein Rasen sehe. Oh, Mann. Der Druck war da. Ich bin so... Ich denke, die hat ja was manipuliert an den Punkten. Die hat ja YouTuber-Rang oder so. Oh, das ist wenig. Raff ich nicht. Dann muss ich das hier füllen. Dann muss ich hier... So was hier hin machen. So und so. Ich will einfach nur malen. Ich will gar nicht so viel. Ah, ich hab's. Jetzt kommt jetzt das Wichtige. Hab ich doch schon geschrieben. Ja, ich guck doch nicht, was ihr schreibt. Hey, guckt ihr, was die Leute schreiben? Ne, also ganz selten mal. Wenn's wirklich die Verzweiflung reinhaut. Radkappe. M in der Bitte. M in der Bitte, hä? Was ist da denn los? Fahrrad. Jetzt lass mich gucken. Ne. Lass mich gucken. Lass mich gucken. Schneller, Lina, mal schneller. Du bist voll lahm. Bist du dumm? Das ist doch schon fertig. Ach, es ist fertig. Du musst Pfeile hinmachen und sowas. Ja, mach Pfeile, mach Pfeile. Mach mal Pfeile schnell. Ah, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Nein. Lass mich gucken. Also das ist wirklich peinlich. Das ist so peinlich. Na, geht. Hä? Also Gambo, das ist richtig peinlich. Nee, ich mach's nicht. Gambo ist peinlich. Ich weiß nicht, ob die Pfeile hier helfen. Als Krankheitsstadion kann's ja nicht sein. BMI. Niemals im Leben wär ich da drauf gekommen. Ja, ich hätte auch gesabbert. Mann, ey. Ich hätte Schneeflocke nehmen sollen. Das andere war Venus. Das fand ich sehr schön. Boah, Venus ist... Pi. Ah, doch nicht. Pi, Pi. Ähm, das... Nein. Hä? Creeper. Eisengolem. Hä? Endermann. Ne. Ja, aber... Fabi hat so... Fabi hat gekackt. Fabi hat gekackt. Das war doof, Elida. Das war doof. Also... Kacke. Ja, du hättest nichts sagen dürfen. Ich sag jetzt gar nicht mehr. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich auch nicht, hä? Minecraft gegriffen. Random drinne. Das andere Wort wäre Brett gewesen. Das wäre auch geil gewesen. Auch, ne? Und stopp. Wow, ist das lang! Niemals im Leben. Kriegt man eigentlich mehr Punkte, wenn das Wort lang ist? Oh nein, jetzt kommt wieder so weit. Das ist ein YouTube-Fundmail. Links 0 Euro, rechts eine Million Euro. Das ist eine Pokémon-Karte. Tarot-Karten. Wie schreibt man das? Na, man ist glücklich. Und dann ist man explodiert in tausend Teile. Atombombe! Das war's. Hä? Wie, das war's? Und deine Selbstzeitschätzung ist auch wirklich immer der Wahnsinn. Zwölf. Warte, wer malt da gerade? Gambo? Also, das ist ja so Teleport, Auflösung, Auslöschen, Ausschlafen. Ist auch wilder Call. Also, was ist denn das da rechts? Was soll das sein, Gambo? Man ist explodiert in tausend Teile, oder wie? Nein, warte. Ich hab das Gefühl, man geht irgendwo raus. Warum sind das für Sterne da links? Man hat einen auf den Döds bekommen. Habst du das? Ich bin so gespannt jetzt, wirklich. Au. Ja. Supergum. Nee! Die hat das ja... Oh, verschwinden. Die hat das echt noch gedingst, Alter. Boah. Ey, wenn das so weitergeht, bin ich letzter. Cool. Ich bin letzter, das war's. Ja, noch, warte mal ab. Lass mich mal kochen. Oh, oh. Oh, oh. Mist. Aha, okay. Minecraft Bottle. Warte mal. Eine Bottle. Hä? Also. Ja, mh. Van Flaschensammler. Mann, das sind... Was machst du denn? Mach doch noch mehr. Wir haben jetzt eine Flasche, ja. Es geht ja nicht um eine Flasche. Ja, Mann, bitte noch mehr Flaschen. Kannst du links noch eine hinmalen, bitte? Nee. Kuss Pro? Er sagt, nee, und mal trotzdem eine hin. Ja, aber... Also, das war schon fertig, Mann. Ich mal noch mal so ein kleines Detail dazu, was so... Boah. Noch mehr Flaschen. Noch eine Flasche. Ich hab halt noch ein Detail dazu gesagt. Alter. Also, das ist ein CH am Anfang natürlich, aber... Also, das war's jetzt auch schon. Das hier... Also, Elina, was warst du mit diesem Wort? Und das passt doch auch gar nicht, oder? Doch, das passt. Warte mal. Nein. Ach, Mann, ich... Das ist auch wieder Kacke, wirklich, ey. Ich hab mir eine Schere oben. Was ist das? Keine Ahnung. Gib die Hand. Wie Zeit, Selin. Kleine Reihen. Sechserpack. Das macht man doch so... Das sind drei Unternehmen... Ich hab oben noch ein Sixpacking gemacht. Ey, was hab ich... Ich hab komplett... Ich hab doch oben... Ich hab komplett krank gewirrt. Mann, ich hab doch oben noch ein Sixpacking. Ich hatte als ein Wort, das hab ich aber nicht genommen, hatte ich einfach T-Bet. T-Bet. Weiß ich genau, wie man das malt. Ähm... Entschuldige mal. Was ist das? Hallo, geht's hier weiter? Ja, ja, ich bin da dabei. Ja, pass dich, mach doch. Oh, stark, Elina. Ja! Das ist peinlich. Also, ja... Also, die Farbe... Eigentlich müsste Logo das erraten. Die Leute, die am besten im Thema drin sind, die erraten es dann als letztes. Ja, ich musste halt blau. Und da hat er geschrieben, C is close. Ja, ich hab auch bei C close gehabt. T-Bet. Oh, ich hab so ein cooles Bild. Ähm... Ah, ich nehm das. Okay, okay. Das ist schwierig. Zwei. The Rock! Oh, das wär's gewesen als... Oh mein Gott. Das wär übelst krass. Mhm. Mhm. Das ist so ne Deko-Lampe. Blau. Das Blaui. Facebook. Oh, ich glaub, ich hab den Körper ein bisschen verkackt. Äh? Boah. Ja, man. Ich muss mich um das... Zwei Wörter. Mit S. Warte, warte, warte. Es kommt noch ein ganz wichtiges Ding. Es kommt jetzt hier noch zu. Äh. Der Kopf ist oben nicht zu. Wie viel Zeit hab ich noch? 33 Sekunden. Warte. Der Kopf ist nicht zu. Moment. Jetzt kommt das ganz Wichtige. Pff. Es ist nicht so schwer. Friseur. Oh ja, aber was? Wie betitelt man das? Oh! Ah, ähm... Ja, irgendwas ziemlich normal. Picasso. Die wichtigsten Details kamen erst ganz am Ende. Äh... Ja, ich weiß. Ja, auch. Was ist denn? Oh, Boss, Boss. Das hast du erraten. Das kenn ich gar nicht. Doch, ich kenn den, aber das ist schon wild. Oh, ich hab ne richtig, ich hab ein gutes Thema. Verdammt. Ich wollte auch grad Autobahn schreien, Mann. Hab's. Verdammt. Nein. Nein. Oh, Mann, ich wollte mit der Elina. Gabo schreibt Baum, Alter. Mann, ey, eine Sekunde hinter Elina. Ne Kacke, Alter, die gewinnt hier schon wieder. Die hat so viele Punkte Abstand, das ist ja kein... Die hat mehr Punkte als Gambo und Fabi zusammen, funny fact. Okay, Bruder. Es ist halt so. Ja, das war's. Fähre? Über Höckholen. Gambo, peinlich. Alter, bei dem läuft. Jetzt kommt wieder 15 Buchstaben. Gambo nimmt jetzt wieder das längste Wort. Gambo nimmt immer die schwierigsten. Ja, da sind nur schwere. Ich fand 6er-Pack jetzt nicht so schwierig. Also, das war kein schweres Wort, das war halt einfach schlechte Zeit. Nein. Hallo, der Sixpack da oben war ja wohl. Ne, Logo ist wieder vor mir. Oh, Gambo, jetzt koch mal bitte, so das Logo nicht erkennt. Nein, wieso nimmst du mal diese dünnen Striche? Das ist so dünn, ich kann kaum was erkennen. Das ist so dünn, ich kann kaum was lesen. Haus vom Nikolaus. Mehr Familie da aus. Ja, Mann. Ey, wen ist das vor Logo? Oh Mann, keine Ahnung. Hä? Hä? Ich weiß nicht, wie man es nicht weiß. Einfach aus. Ich habe keine Ahnung. Ein anderes Wort. Was braucht ein Kamin immer, damit der funktioniert? Oh, hm. Aber keine Ahnung, wie man das schreibt. Mit 2 A. Ein Schornstein. Ich habe es auch einfach nur geraten, wie man schreibt. Ich habe gerade mal 25 Punkte gut gemacht. Was ist das denn? Okay, let me cook. Das ist aber auch wieder lang. Jetzt kommen wieder die Flaschen. Oh nein. Reibald macht wieder ein Sixpack. Das ist Automäßig. Mercedes. Ein Hotdog-Auto. Das ist eine Boeing 737. Ah, hm. Ja gut, Capriolet, Alter. Kein, wie man das schreibt, Alter. Capriolet. Capriolet, so. Hä, ist das richtig? Wie schreibt man das, Elina, es verraten Sie mir? Du hast es nur durch mir. Oh. Capriolet einfach. Ich bin Franzose. Wie schreibt man das Scheißwort? Hallo, Elina, hilf mir. Du hast es nur durch mich. Capriole. Er schreibt da unten Capriole. Kann ich dir schreiben? Capriolet. Digga, kann ich auch wieder schreiben. Wie schreibt man das Scheißwort? Liviozor. Das ist ja wirklich so. Nee, ich bin der einzige Vollidiot. Das ist ja übelst peinlich. Hey, das habe ich doch so geschrieben, oder nicht? Nein, du hast Capriolet. Capriolet. Oh, das T am Ende. Capriole, wirklich? Ich habe tausend Sachen geschrieben. So eine Kacke, Alter. Das ist ein Kackhaufen. Doch. Oge. Danke. So gut, Mann. Mann, Capriole hat mich so, hat mich alles gekostet gerade. Mit einem Scheiß-Tee am Ende. Mann, ey. Und der Nina erredt mein Wort, das macht mich richtig sauer gehabt. Hätte ich mal die Schnauze gehalten, wirklich. Hätte ich es mal gegoogelt. Am Anfang haut die direkt an Capriole. Ich dachte, okay, wollen wir auf und zeichnen. So, meins ist jetzt schwierig. Tatsächlich. Ich weiß nicht, wie man sowas malt. So, war nicht mal so bad. Und jetzt kommt wieder das Wichtige. Spack, spack. Der trägt sowas. 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 Dann hat der ein Gesicht. Und hat auch mal eine Mütze auf. Mann, ja, ich habe deinen Rücken. Hä? Dankeschön. Ich habe doch deinen Rücken, Elina. Dann kriege ich sowas in die Haare. Ah, ähm, ähm, wie heißt denn das? Wie heißt das? Ich kenne es nur auf Englisch. Wie heißt es auf Deutsch? Oh, ich kenne es nur auf Englisch. Du kenne es aus Russlandsjahr. Nein. Hä? Wie heißt es? Ich weiß auch nicht, wie das heißt. Plamper. Wie heißt das auf Deutsch? Seid ihr dumm? Kann das sein, dass du dumm bist oder so? Plampel. Plampel. Keine Ahnung. Ich kann es nicht besser fallen. Ich wusste es nur auf Englisch. Was ist es auf Englisch? Plamper, habe ich da gesagt. Hä? An Ben vorbeigezogen. Mann, aber ich musste ein paar Bonuspunkte kriegen. Ich wusste auf Englisch. Was ist das? Ach, Mann. Kamu hat mich wirklich überholt. Da hat er so eine Kacke. Mann, bin ich schlecht in diesem Spiel. Zwei. Weil ich Macher bin. Weil ich Mathematikexpert auch bin. Weil ich auch Mathe, wenn man eine Zwei hatte. Man, Effekt, ich habe das Wort vorhin schon gesagt. Ich hatte als anderes Wort Serbien. Hätte ich mal lieber Serbien genommen. Mal noch mal, hä? Okay, wir haben Gambo überholt. Wir können Logo noch kriegen. Das ist die letzte Runde. Wir bauen das mal langsam auf. Zack. Wald. Wald. Baum. Zehn Buchstaben. Zehn Buchstaben, Ben. Fabi, du bist letzter. Sag, du mal ruhig. Hallo. Das könnte durchaus... Du mir wisst, was gemeint ist. Ah, hab's. Nein! Boah, ich wollte es gerade machen. Ah, hab's. Hab's. Nein, ich weiß nicht, was das heißt. Ah, äh, hab's. Mann, dritter, so eine scheiße hinter Logo, Alter. Kacke, 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 kacke. Ich bin letzter. Wie viele Runden haben wir noch? Das ist die letzte Runde. Boah, jetzt muss Logo... Bitte, 50 Punkte trennen Logo und nicht noch. Fabi, du musst jetzt... Du musst jetzt kochen, bitte. Äh, nee, Elina. Also, das ist voll weird gerade. Ich kann das... Elina cheatet aber auch. Ich sag schon. Ach, scheiße, Mann. Hinter Logo. Und hinter Logo. Ah, ich hab noch eine Runde. Aber da macht man nur mal Minus. Du bist der Letzte jetzt. Du bist der Letzte jetzt. Elina hat einfach mehr als doppelt so viele Punkte wie ich. Hä? Noch eine Grundierung? Oh. Grundierung? Oh, weiß. Ja, ist ein bisschen wild, aber... Äh... Hä? Hä? Among Us? Ich glaub, der kennt's besser, wenn ich's so mache. Aber jetzt ist schon strong eigentlich. Ja. Ich hab absolut keine Ahnung, was der Mann von mir ist. Es ist ein Songtext. Schade. Benjamin, bitte. Das ist halt ehrlich nicht schlecht. Mach halt ein paar Pfeile hin, bitte. Bitte, das müssen alle erraten, außer Logo, bitte. Ja, so, das ist eigentlich schon strong, ehrlich gesagt. Ich mach ein Pfeil hin. Ich mach dich schon. Stark, Fabi, stark. Kuss. Kuss. Hä? Ich bin trotzdem Letzter, egal was passiert. Warte, hier jetzt. Bist du nicht, bist du nicht. Kannst du mich irgendwie noch holen, weil ich werd jetzt nix machen. So. Verstehst du. Nee. Also, ich fand die überragend. Mann, Zeitung! War die beste Zeichnung, die ich hier heute gesehen habe. Bist du auch nicht schlecht, hä? Oh, Gott, er hat doch nicht Letzte. Ich hab ein Lerbe. Elina gewinnt immer. Mit wie vielen Punkten, die hat so viel wie Logo dich zusammen. Okay, aber ich wusste Plampa auf Englisch und bei Caprios die Sprache ja nicht. Also, hab ich jetzt gemacht. Ja, ja, ja. So, ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Lasst ein Like da für mehr Scribble.io. Abonniert auch den Kanal gerne, würde mich freuen. Vielen Dank an all die dabei waren. Bis morgen, euer Benson. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.